mein name ist jessica alice herz und ich bin bff professional mein weg zur fotografie begann eigentlich am theater ich habe dort lange gearbeitet und immer neben der bühne gestanden mich hat total begeistert wie mit hilfe von bühnenbildlicht und inszenierung aus diesem leeren raum immer wieder neue geschichten entstehen konnten heute fotografiere ich menschen und architektur es ist also wieder der raum der mich begleitet und ich arbeite für agenturen ich arbeite für architekten für unternehmen ich porträtiere künstler und auch privatpersonen für mich ist eigentlich unerheblich ob ich einen menschen oder ein gebäude vor mir habe ob ich stundenlang im nebel auf die ersten sonnenstrahlen warte oder einem menschen begegne ich habe das gefühl ich werde von diesem raum der in dem moment entsteht vollkommen absorbiert und für mich entsteht beim fotografieren immer ein raum der stille und der magie ich spüre eine große präsenz im hier und jetzt es ist wie kontemplation und aktion zu gleichen teilen und ich fühle mich in diesem raum absolut zu hause ich bin unglaublich glücklich wenn ich hinter der kamera stehe und das ist vielleicht auch der grund warum ich mit vielen tollen menschen zusammenarbeiten durfte ich kann einfach nur sagen ich liebe es was ich tue und ich bin großartig